Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe alias Mr. T. Ja, auch heute Reaktionen auf viele, viele, viele Fragen, viele Anfragen, vor allem viele Anfragen zwischen Seifenanfängern, die ins Krafttraining, ins Funktionale einsteigen, auch in Ausdauersport und die haben natürlich immer die Frage, abnehmen. Abnehmen ist natürlich ein großes Thema, ein Riesenthema, gibt es natürlich auch ganz viele Angebote dafür. Pilchen, Süppchen, Pülferchen, was auch immer. Aber ihr kennt mich ja, Pülferchen, Süppchen und so weiter, Pilchen, das ist alles nur Geld aus der Hosentasche gezogen. Den wichtigsten Faktor habt ihr in eurer Wohnung, ist die Küche, da müsst ihr rein, da müsst ihr was tun, da müsst ihr was verändern, da müsst ihr euch umstellen. Und heute haben wir mal was ganz Einfaches zum Einstieg, da geht es einfach mal um die Gewichtsreduktion. Wie fange ich an über eine Gewichtsreduktion? Ich muss ja nicht gleich hier wissenschaftliche Publikationen lesen und irgendwelche Studien, die sich dann ein halbes Jahr später wieder besprechen, sondern ganz klar, wenn es ums Thema Abnehmen geht, ist erstmal von meiner Seite aus die Empfehlung, man sollte überprüfen, wann esse ich und was esse ich. Das ist das erste Mal. Geht einfach mal her und macht doch ein Ernährungsprotokoll. Einfach so ein, zwei, drei Tage in der Woche und ein, zwei Tage am Wochenende und schaut euch mal das Ernährungsprotokoll an. Da schreibt ihr auf, was ihr Frühstück, da schreibt ihr auf, was ihr Mittag ist, da schreibt ihr auf, was ihr Abend isst. Auch die Zwischenmahlzeiten, die sämtliche Sauereien, die ihr euch noch so zuführt, unterwegs, die schreibt ihr auf. Und dann guckt ihr mal rein, wie es aussieht und wie ihr es selbst bewertet. Ihr habt das selber auch ein Stückweise eine Ahnung, man hat es ja schon so oft gehört, auf was man achten sollte. Und dann guckt ihr euch das mal an, wie das eigentlich aussieht. Meine Ernährungsberatung, da gibt es ja immer einen Anamnesebogen, Ernährungsprotokoll. Und wenn ich dann persönliche Beratungen habe mit der Person bei mir im Büro, dann kommt immer selbst die Ansage von der zu beratenden Person, oh, oh, als ich das mal aufgeschrieben habe, habe ich erst einmal festgestellt, wow, was ich da alles esse und vor allem, was das zum Teil ein Schrott ist. Ja, da fällt einem erst einmal auf, was man isst und dass dann eigentlich ein großer Anteil mit dabei ist, der so nicht im Verdacht steht, dass es gesund sein könnte. Und nicht im Verdacht steht, dass man dadurch hübsch wird. Und nicht im Verdacht steht, dass man da leistungsfähig wird. Das sind alles Dinge, die es den meisten Menschen selbst auffällt. Und deswegen als erstes mal ein Ernährungsprotokoll führen, einfach mal reingucken, selbst bewerten, naja, wie sieht es aus. Ganz guter Tipp von mir, fangt einfach mal an, regelmäßig zu essen. Das ist ganz wichtig, regelmäßig essen, dass ihr ein Frühstück habt zu ähnlichen Zeiten, das heißt innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen, dass ihr zu regelmäßigen Zeiten ein Mittagessen habt und dass ihr zu regelmäßigen Zeiten ein Abendessen habt. Dass ihr darauf achtet, dass ihr natürlich im Bereich schon eines Frühstückes eben nicht unbedingt nur die Butterbrötsel, nicht unbedingt nur das Nutellabrötchen, das Weißbrötchen isst, nicht nur die Schokopops, was weiß ich was, sondern dass ihr mal hergeht und einfach mal in den Bereich gebt und versucht gesund zu ernähren. Morgens zum Beispiel ein Vollkornbrot zu essen. Gutes Vollkornbrot mit viel Körnern drin, mit wenig Teiganteilen. Dass ihr da mageren Schinken drauf macht, ein bisschen Käse drauf macht, vielleicht mit Gemüsearbeit, wer es mag. Der andere kann ein Vollkornbrot essen, kann sich ein schönes Omelette dazu machen. Man könnte morgens Magerjoghurt, Magerquark mit frischem Obst, mit einem guten Müsli, also keine Schokokops, keine Kornflexen, solche Sachen. So ein schönes Müsli, Amaranth-Müsli oder auch ein schönes Birchermüsli kann man zwischenzeitlich tatsächlich auch schon in relativ gesünder Form kaufen. Dazu Milch rein, wer es nicht verträgt, Laktosearme Milch, Magerjoghurt, Magerquark, was rein ist. Alles Dinge, Sojamilch, Mantelmilch, eher Mantelmilch, weniger die Sojamilch. Gibt es viele Möglichkeiten, fangt einfach mal an mit diesen kleinen Schritten. Dann, das nächste wäre, rennt nicht einfach aus dem Haus und freut euch, Hurra, Tag geht los und dann stellt ihr im Geschäft fest, super, ich habe nichts zu essen, weil was esse ich? Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit, oh, ich esse jetzt einen Masi, ich esse jetzt einen Riegel, ich esse einen Burger, was weiß ich was. Geht doch einfach mal in die Küche und richtet euch morgens oder abends was. Zwei belegte Vollkornbrote, einen Vollkornnudelsalat, einen Vollkornreissalat, da gibt es so viele Möglichkeiten. Bereitet euch einmal ein Essen vor, nehmt es in der Kühltasche mit, gerade jetzt bei dieser Jahreszeit, dass es warm ist. Und dann habt ihr was dabei, was Nettes zum Essen. Und ihr wisst, was er isst, ihr wisst, was da drauf isst. Ja, und es ist tatsächlich günstiger, wie irgendwo mal was essen. Ja, eine Kantine kann man auch machen, aber es muss eine gute Kantine sein. Es darf nicht Essen sein, dass du schon 6 Stunden aufgewärmt bist und hier steht und dann letztendlich keine Nährleute mehr drin sind. Da ist es besser, nimmt was mit. Ihr habt was dabei. Ihr habt auch noch Wasser dabei zum Trinken. Ja, dann braucht ihr kein Cola trinken, kein Cola light und solches dummes Zeug, wo man eigentlich gar nicht braucht. Das braucht ihr nicht trinken, sondern ihr habt euer frisches, gutes Wasser dabei. Wer ein bisschen Geschmack macht, der kann ja ein bisschen Obstsaft reinmachen, kleiner Anteil. Kein Problem. So, dann kommen wir nach Hause und dann sollten wir ab in die Küche und nochmal überlegen, was haben wir denn? Wir haben einen Kühlschrank auf. Was gibt es da alles? Die Pizza in der Verpackung? Muss nicht sein. Die Söße in der Verpackung? Muss nicht sein. Ein bisschen Gemüse, frisches Gemüse dünsten, einen schönen Salat machen, ein schönes Eieromelette machen, einen schönen Fisch machen. Da gibt es so viele Dinge. Schöne Frikadellen, frisch gemacht. Ihr habt tausend verschiedene Möglichkeiten und wie ihr jetzt schon hört, ist euch das Wichtigste überhaupt, dass ich natürlich erstmal ganz klar sage, okay, der Weg geht tatsächlich über die Küche. Ich muss in meine Küche. Nein, ich muss, sondern ich will in meine Küche. Es ist ja mein Körper. Es ist ja mein Körper. Es ist ja was Gesundes für mich. Ich tue ja was für mich. Es ist ja nicht so, dass man hier etwas investiert, was nichts taugt, sondern ich investiere in meine Gesundheit, meine Vitalität, in meine Leistungsfähigkeit. Und das sollte wichtig sein. Wenn ihr rausgeht aus dem Haus, nicht gefrühstückt, was werdet ihr wohl machen? Um 9, halb 10 habt ihr Heißhunger. Ihr werdet mit Sicherheit in den wenigsten Fällen was Gesundes essen. Sondern ihr werdet Dinge essen, die wahrscheinlich nicht gesund sind, weil ihr Heißhunger habt, weil der Blutzuckerspiegel ist tief. Ihr werdet Sachen nehmen, die definitiv euch nicht weiterbringen. Und nichts ist leere Energielieferanten. Was passiert in der Mittagspause? Ihr habt keine Priorität. Wann macht ihr Mittagspause? Weiß man nicht so genau. Wissen wir auch nicht genau, was man isst? Na, dann gucken wir mal. Da ist ein bisschen Fast Food. Da gibt es Fast Food. Ich nehme das. Ich nehme das. Keinerlei Struktur drin. Ihr habt euer Essen dabei. Macht eure Kühltasche auf. Macht euer Festfoodbox auf. Und dann, wow. Mein belegtes Brot mit dem drauf, was ich will. Lecker. Rein damit. Nachmittags gibt es ja Menschen, die haben eine Zwischenmahlzeit. Wo ist das Problem, sich morgens einen schönen Joghurt zu errichten? Mageren Joghurt mit ein bisschen Obst drin. Ein bisschen Leinöl vielleicht noch rein. Lecker mitnehmen. Kühltasche im Nachmittag. Zwischenmahlzeit. Abends komme ich nach Hause, Kühlschrank auf. Wow. Ich mache mir heute Abend leckeres Omelette mit Gemüse. Sehr lecker. Morgen gibt es Fisch. Und übermorgen gibt es was Vegetarisches. Ja, geht auch. Gemüseauflauf. Alles möglich. Aber, wie ihr schon hört, der Weg geht durch die Küche. Ist nicht so schwer. Fangt mal an, Step by Step umzustellen. Lasst mal alles Fast Food vorübergehend weg. Versucht mal die Süßigkeiten so weit wie möglich zu reduzieren. Versucht mal irgendwelche Softdrinks wegzulassen. Gezuckerte Getränke wegzulassen. Das sind alles Dinge. Alles mal weglassen. sukzessive peu a peu abbauen. Wer kann? Von jetzt auf nachher eine andere Step by Step. Ja. Und natürlich eben dreimal zu einem Tag vor regelmäßigen Zeiten. Gucken, dass ihr hier ein bisschen einplant. Und dann bin ich mir sicher, ihr werdet natürlich die ersten Pfunde verlieren. Und Ich garantiere euch, der Wohlfühlfaktor wird nach oben gehen. Ihr werdet jetzt sagen, mein Gott, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Ich fühle mich viel wohl. Ich bin viel leistungsfair. Und Der Spiegel sagt Hallo, du siehst gut aus. Ich mag dich. Ich wasch dich. Ich ziehe dich an. So einfach ist das. Kleine Schritte. Step by Step. Nichts übertreiben. Der eine kann es besser. Der andere kann es schlechter. Euch rennt nichts davon. Ihr müsst nicht übermorgen Mr. Universum, Mr. Girl werden, was weiß ich um. Ihr müsst auch kein Model werden. Aber Die Gesundheit hat Vorrang. Eure Leistungsfähigkeit hat Vorrang. Weil ihr müsst noch bis zur Wahrscheinlich Wenn so weit Bis zu einem 70. Lebensjahr arbeiten. Und da hat es einen Vorteil, wenn man Pfeffer hat. Das war es. Andreas Wienbacher, Präsident Hans Karlsruhe. Zum Thema Ernährung.